Was ist eine Yield Farming Plattform bzw. ein Yield Farming Protokoll oder auch einfach nur eine Yield Farming. Als Yield Farming Plattform bezeichnet man eine Plattform wie zum Beispiel SushiSwap und PancakeSwap. Es handelt sich um einen oder mehrere Smart Contracts, die dazu dienen, einen neuen Token auf den Markt zu bringen und mit Wert anzureichern. Dabei werden User dafür belohnt, dass sie ihre Assets in die Plattform einzahlen. Die Belohnung erhalten sie in Form von einem Token, der von der Plattform neu erschaffen und ausgegeben wird. Im Fall von SushiSwap ist das der SushiToken und im Fall von PancakeSwap ist das der CakeToken. In dieser Videoreihe bezeichnen wir den RewardToken allgemein mit dem symbolischen R, das hier dargestellt ist. Häufig wird die Einlage der User verwendet, um beispielsweise Liquidität für einen Decentralized Exchange zu stellen. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt auch Yield Farming Plattformen, die die Liquidität überhaupt nicht nutzen oder einem anderen Exchange zur Verfügung stellen. Als User kann man aber immer seine eingezahlten Assets wieder entnehmen, zumindest wenn alles gut geht. Der RewardToken hat einen eigenen Kurs und die Plattform versucht den Token über bestimmte Mechanismen mit Wert anzureichern. Wie das funktionieren kann, kommt im nächsten Video. Aber vorher noch ein paar Begriffe, die in den nächsten Videos benötigt werden. Als Yield Farming bezeichnet man die Tätigkeit, in eine Yield Farming Plattform zu investieren und RewardTokens zu verdienen. Wenn man seine Assets in die Plattform einzahlt, dann nennt man das Staking. Das Zurückholen bzw. Auszahlen der Assets nennt man Unstaking. Die RewardTokens, die man verdient hat, bekommt man normalerweise nicht automatisch ausgezahlt. Stattdessen muss man sie in regelmäßigen Abständen selber abholen. Den Vorgang nennt man Harvesting. Die Pools, in die man einzahlen kann, um Rewards zu erhalten, heißen Farms. Manchmal auch Pools oder auch Staking Pools. Auf den Plattformen werden die Begriffe häufig durcheinandergeworfen und es gibt auch keine offizielle Variante, wie es richtig heißt. APR ist ein Prozentsatz, der sich auf den Gewinn im Vergleich zur Einlage bezieht und ist eine Kennzahl, die aussagen soll, wie sehr sich eine Farm lohnt. In der Regel wird die APR pro Jahr angegeben. Das heißt, es handelt sich um eine Verzinsung der Einlage pro Jahr, wenn man täglich Rewards abholen würde. Die APY ist ebenfalls eine Kennzahl, die angeben soll, wie gut sich eine Farm auszahlt. Dabei wird die aktuelle Tages-APR hochgerechnet auf ein ganzes Jahr und eine Zinseszinsentwicklung angesetzt. Dabei wird täglich verzinst. Bei einer APR von 1% ergibt sich also ein APY von unglaublichen 3700%, was einer Vers 37-fachung des Kapitals bedeuten würde und auch so manches Aktienportfolio in den Schatten stellen dürfte. Allerdings klappt das nur, wenn man wirklich jeden Tag die Rewards abholen und wieder einlegen würde und gleichzeitig der Kurs des Reward Tokens stabil bliebe und der eigene Poolanteil ebenfalls. In der Praxis ist das eigentlich nie wirklich der Fall und die reale Verzinsung ist deutlich niedriger. Es gibt noch drei Begriffe, die mit der Verteilung der Reward Tokens zu tun haben, die wir noch einführen müssen. Die Emission besagt, wer wie viele Tokens bekommt und wie schnell. Die Anzahl der ausgegebenen Tokens pro Zeit ist die Emissionsrate. Als Utility bezeichnet man den Nutzen des Reward Tokens. Wenn der Token keinen Nutzen hat, dann hat er auch keinen Wert, ist also wertlos. Der Supply ist die Gesamtzahl an Tokens, die aktuell ausgegeben wurden, minus der gegebenenfalls aus dem Verkehr gezogenen Tokens. Der maximale Supply ist die Anzahl an Tokens, die jemals insgesamt rauskommen. Mit diesen Begriffen können wir jetzt in die Einzelheiten des Yield Farmings einsteigen. Viel Erfolg und Happy Farming!